Hallo und herzlich willkommen zu einer kurzen Bauchhier-Auf-Sendung. Zunächst mal möchte ich mich sehr bedanken dafür, dass meine letzten beiden Videos so zahlreich geteilt wurden. Das finde ich sehr nett, das freut mich sehr. Jetzt ist ab nächsten Montag in ganz Deutschland Maulkorbpflicht. Das ist vor ein paar Tagen noch pure Utopie gewesen. Dann habe ich gestern irgendwo gelesen, dass die Leute schon gar nicht mehr mit dem Mundschutz beschäftigt sind, sondern schon mit dem Thema Zwangsimpfung. Und dann ging mir so durch den Kopf, dass wenn im Januar, egal wer, vorausgesagt hätte, was im März und April dieses Jahres passiert ist, der für bescheuert erklärt worden wäre und auch Utopist genannt worden. Und dann sehe ich dann so Argumente unter solchen Posts, in denen es dann heißt, das darf die Regierung gar nicht. Wir bräuchten also keine Angst vor einer Zwangsimpfung zu haben, weil das die Regierung gar nicht darf. Dann geht mir durch den Kopf, dass das für mich tatsächlich pure Utopie ist. Zu glauben, uns wird es allen gut oder besser oder in irgendeiner Form positiv gehen, wenn wir gehorchen, statt unseren Menschenverstand zu benutzen. Für mich ist es absolute Utopie, zu glauben, dass Gehorsam die Welt verbessern könnte. Und dieses ganze System ist aufgebaut auf diesen Gedanken. Könnt ihr euch noch daran erinnern? Ist ganz lange her. Da war das große Thema Klopapier und Nudeln. Jetzt ist es Mundschutz. Demnächst wird es eine Zwangsimpfung sein, die viele im Moment auch noch für eine Utopie halten. Gar nicht so schwer, sich vorzustellen, was da noch alles kommt. Man muss nur diesen ganzen Fratzen mal zuhören, die da das Sagen haben, wie Bill Gates oder sonst welchen Leuten. Mit was für Sachen. Also es ist nicht nur eine Zwangsimpfung, es ist auch eine Zwangsverchippung. Weil da soll ja dieser Covid, dieser Certificate of Vaccination ID mit implantiert werden. Das ist ein RFID-Chip. Spritzen ist auf jeden Fall, kann ich als Tätowierer und Piercer sagen, ist gegen den Willen eines anderen eine Straftat. Eine Straftat. Eine Straftat. Als Tätowierer und Piercer weiß ich, dass wenn ich gegen den Willen von jemandem ihnen eine Nadel in die Haut stecke, dann ist das Körperverletzung. Und das ist strafbar. 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 Nun haben die aber halt eben ganz andere Druckmittel. Und wenn ich diese Druckmittel hätte, dann könnte ich mich eigentlich vor Kundschaft gar nicht retten, weil dann dürfte ich tätowieren, wen ich will. Und auch das ist was, was unter Umständen ist, früher sind die Leute tätowiert worden, ob sie wollten oder nicht. Die KZ-Insassen, die haben alle da diese IBM-Nummer hinkommen. Weil IBM halt schon damals Lochkartencomputer zur Verfügung gestellt hat, um halt eben im Prinzip die Buchhaltung zu führen. Da sind Menschen gegen ihren Willen gestochen worden. Und ich sehe nicht, warum die das nicht wieder machen sollten, könnten, dürften, täten. Wenn ich mir angucke, wie das jetzt schon Usus ist, dass einfach über Nacht und über die Köpfe aller hinweg irgendwelche Gesetze geändert werden. Was hat denn das bitte noch mit Demokratie zu tun? Was hat denn das bitte noch mit Demokratie zu tun? Was hat denn das bitte noch mit Demokratie zu tun? Und wie kann man das überhaupt noch vertreten? Das ist für mich Utopie. Diesen ganzen Schwachsinn zu vertreten im Glauben, das sei für irgendwas gut. So, und dann gehe ich nochmal auf das Thema Mundschutz ein. Oder Maulkorb. Zitat von Eckart von Hirschhausen, der irgendwie das verglichen hat mit jemandem, der im Bus neben ihm besoffen sich einpinkelt. Und dann sagt, dann ist das ein sehr großer Unterschied für mich, ob der eine Hose trägt oder nicht. Weil im einen Fall wird die Hose nass, im anderen Fall mein Bein. Wo ist denn da der Vergleich? Was ist denn das bitte für ein Vergleich? Das würde ja bedeuten, dass quasi alle Nichtbetrunkenen auf jeden Fall auch eine Hose tragen müssen. Laut dieser Logik von Eckart von Hirschhausen, der ich nicht folgen kann in dem Sinn. Und selbst wenn dessen eigene Hose nass würde, würden auch das eigene Bein nass. Ich sag's nochmal, ich habe überhaupt gar kein Problem damit. Wenn infizierte Leute Mundschutz tragen sollen, damit die alle anderen nicht anstecken. Aber dass die Gesunden, und das ist immer noch die Mehrheit, auch den Mundschutz anziehen. Und ich dann die ganze Zeit das immer so argumentiert bekomme. Ich will auch nicht, dass Leute sich bei mir anstecken, aber die sind doch gesund. Wenn ich krank bin und infiziert, dann trage ich aus reinem Respekt vor anderen einen Mundschutz. Gar keine Frage. Aber doch nicht als gesunder. Wie verdreht haben die eure Köpfe schon? Wie verdreht haben die eure Logik schon? Und ich sag's nochmal, wie im vorletzten Video. Das ist alles nur in unseren Köpfen. Denkt mal drüber nach. Diese ganzen Argumentationsketten, alle unsere Meinungen und so weiter. Das ist alles in unseren Köpfen. Aber dadurch wird es für uns zur Realität. Deswegen sollten wir uns mal sehr gut überlegen, wie wir denken. Und wenn wir denken, wie wir das vorgegeben bekommen, oder weil das irgendjemand, den wir cool finden, irgendwas gesagt hat, und wir übernehmen das einfach, dann sehe ich keine rosige Zukunft für uns. Überlegt euch selber, was ihr davon haltet. Macht bitte, was ihr für richtig haltet. Und lasst euch am besten auch von niemandem mehr da reinreden. Und lasst euch vor allen Dingen nicht von irgendwelchen Leuten sagen, die eine andere Meinung haben, eure Meinung sei falsch. Fangt an, auf euren Bauch zu hören. Fangt an, auf euch selber zu hören. Was findet ihr sinnvoll? Und dann lasst aber den anderen bitte auch das Recht. Das geht einher mit meinem Aufruf zur Menschlichkeit. Leben und leben lassen. Leben und leben lassen. Tschüss mit F. Ich wünsche euch den Frieden. Habt euch lieb und guckt, dass ihr gesund bleibt. Weil wenn ihr krank werdet, dann hat das nur mit eurem Kopf zu tun. Placebo, Nocebo. Denkt drüber nach. Nein!